Hier rechts sehen Sie das Rathaus Münchens, welches nach all den Jahren komplett saniert wurde. Auch viele Häuser der Umgebung sind so renoviert worden, dass man sie nur noch schwer wiedererkennen kann. Hier sehen Sie ein Stadtbus der Zukunft. Dank Magnetkraft kann dieser in der Luft schweben. Alle Fahrzeuge der Zukunft schweben, da dies eine schnellere Beschleunigung und trotzdem einen geringeren Energieverbrauch bringt. Hinzu kommt, dass jedes Fahrzeug autonom fährt. So werden viele Unfälle vermieden. Wir befinden uns hier in dem Zentrum Münchens und sind bald am Karlsplatz von München angekommen, an welchem wir mit dem Taxi weiterfahren werden. Alle Dächer Münchens sind entweder mit Solaranlagen ausgestattet oder begründet. Das tut der Umwelt sehr gut. Mit dem gewonnenen Strom werden unter anderem Autos und andere Fahrzeuge betrieben. Der Großteil der Energie kommt jedoch von Solarfeldern und Windrädern. Auch Flugzeuge fliegen in der Zukunft mit Strom. Sie werden jedoch nur für Güter eingesetzt, welche ein Zug nicht transportieren kann. Das bedeutet es gibt keine Passagierflugzeuge mehr, da Züge die Menschen mindestens genauso schnell transportieren können. Der Müll der Bürger wird in der Zukunft nicht mehr von Hand getrennt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass nicht mehr recycelt wird. Der Müll wird nämlich automatisch in Mülltrennungsanlagen getrennt. Das spart sehr viel Zeit. Mittlerweile sind wir am Karlsplatz angekommen und steigen nun in unser Taxi. Nach einer kurzen Taxifahrt sind wir an der Allianz Arena angekommen. Auch in der Zukunft wird noch Fußball gespielt. Der beliebte Sport ist noch beliebter geworden und es ist kaum noch möglich, überhaupt noch ein Ticket für ein Spiel zu bekommen. Die Allianz Arena hat die ganzen Jahre sehr gut überstanden und ist immer noch in Betrieb.